Moin Moin, hier ist der Diddy. Ich wollte euch mal kurz meine Headstrap Mod für die HTC Vive vorstellen. Ich benutze die Vive nun über 6 Monate und habe immer noch Probleme, wenn diese Gummibänder einem die Vive voll ins Gesicht drücken. Also die Riff trägt sich da schon einiges angenehmer als die Vive. Aber noch besser gefällt mir ja die Befestigung der PSVR. Da ist das Gewicht besser auf dem Kopf verteilt und man bekommt halt nichts gegen das Gesicht gedrückt. Und dementsprechend habe ich mir mal eine Halterung gebaut, die in etwa das gleiche Befestigungssystem verwendet. Als Basis dient ein O-Sports-Headset, welches ich dann an der Vive befestigt habe. Der ganze Spaß ist von innen gut gepolstert und trägt sich auch ganz angenehm. Hier hinten kann man dann mit dem Drehmechanismus den Kopfumfang einstellen. Die Gummibänder habe ich von einem alten Cardboard entwendet und Klettverschlüsse eingedehnt. Diese dienen dann zur seitlichen Stabilisierung und sind natürlich auch verstellbar. Soweit bin ich ganz zufrieden und es fühlt sich erstmal deutlich angenehmer an. Die Dauernutzung wird dann zeigen, ob sich der Umbau wirklich gelohnt hat. Das war es dann auch schon kurz und knapp. Bis dann. Tschö.